Wir können alles erreichen, aber trauen uns selten. Wir haben Millionen Ideen, aber wir finden in jeder Lösung das Problem. Denn wir sind das Land der Tüftler und Denker, aber auch die Erfinder der Autotür-Lärmschutz-Verordnung. In jeder Garage kann ein Unternehmen stecken, aber die Garagenvorschrift erlaubt nur Wagen, Heber, Reifen und Autos. Unsere Kinder können der nächste Zuckerberg, Bosch oder Job sein. Aber der Lehrplan von Max Mustermann ist sicherer. Jeder Mensch kann seinen eigenen Lebenslauf schreiben, aber es ist gemütlicher, ihn vom Staat schreiben zu lassen. Die Welt liebt Made in Germany, aber wir produzieren lieber German Angst. Wir können voller Optimismus sein, aber vielleicht sollten wir öfter das Aber weglassen. Wir können alles erreichen. Wir haben Millionen Ideen. Denn wir sind das Land der Tüftler und Denker. In jeder Garage kann ein Unternehmen stecken. Unsere Kinder können der nächste Zuckerberg, Bosch oder Job sein. Jeder Mensch kann seinen eigenen Lebenslauf schreiben. Die Welt liebt Made in Germany. Wir können voller Optimismus sein. Wir könnenoidaieren! Die Welt liebt's